Özdemir bezeichnet alle Bauern als Rassisten. In Deutschland erlebt man derzeit eine beispiellose Welle von Protesten, die sich über das gesamte Land erstrecken. Diese Demonstrationen richten sich gegen die aktuellen politischen Maßnahmen der Ampelregierung, insbesondere gegen die Kürzungen von Subventionen, die die Landwirtschaft betreffen. Im Zuge dieser Proteste kam es zu heftigen Auseinandersetzungen und Äußerungen von verschiedenen Politikern, die die Stimmung weiter angeheizt haben. Ein besonders kontroverser Vorfall betrifft den grünen Landwirtschaftsminister Cem Özdemir. In einem Interview mit der Westfalenpost äußerte sich Özdemir zu den landwirtschaftlichen Protesten und den damit einhergehenden Aktionen. Er kritisierte die aggressive Natur der Proteste und nannte einige Demonstranten Trittbrettfahrer, die nicht die Interessen der Bauern vertreten würden. Besonders brisant wurde seine Aussage, als er die Bauern wegen seiner türkischen Wurzeln, seiner vegetarischen Lebensweise und seiner Zugehörigkeit zu den Grünen als belastend empfand. Diese Äußerungen wurden von einigen als implizite Unterstellung aufgefasst, dass die Bauern ein Problem mit seinem Migrationshintergrund hätten und daher rassistisch seien. Diese Vorwürfe lösten eine Welle der Empörung aus. Viele sehen in Özdemirs Aussagen eine unangebrachte Generalisierung und Beschuldigung gegenüber der Landwirtschaft, die als unangemessen und sogar als potenzielle Volksverhetzung betrachtet werden. Kritiker argumentieren, dass solche Äußerungen die legitimen und demokratischen Proteste der Landwirte in ein falsches Licht rücken und die gesamte Bevölkerungsgruppe ungerechtfertigt kriminalisieren. Die Situation verschärft sich weiter durch die Reaktionen anderer Politiker der Ampelregierung auf die Proteste. Beispielsweise wurden Aussagen des Wirtschaftsministers und des Ministerpräsidenten als überzogen und teilweise sogar als hetzerisch gegenüber den Demonstranten angesehen. Diese Entwicklungen werfen ein kritisches Licht auf die aktuelle politische Lage in Deutschland, wobei die Handlungen und Äußerungen der Politiker als Ausdruck von Panik und Unfähigkeit, mit der aktuellen Situation umzugehen, interpretiert werden. Die Ereignisse zeigen, wie tief die Kluft zwischen der politischen Führung und Teilen der Bevölkerung geworden ist. Die Proteste und die Reaktionen darauf haben nicht nur eine politische, sondern auch eine gesellschaftliche Debatte über den Umgang mit Meinungsverschiedenheiten und die Grenzen der politischen Rhetorik ausgelöst. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Krise weiterentwickelt und ob die Regierung in der Lage sein wird, einen konstruktiven Dialog mit den Demonstranten zu führen und eine Lösung für die aufgeworfenen Probleme zu finden.